Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde zu dem Spiel Brothers A Tale of Two Sons, was von Starbreeze in Zusammenarbeit mit 505 Games entwickelt wurde. Das Spiel ist ab sofort für Steam, für die Playstation 3 verfügbar. Für die Xbox 360 gibt es das Spiel seit rund 14 Tagen. Ihr spielt dabei zwei Brüder, die auf ihrer märchenhaften Weise versuchen, ihren kranken Vater zu retten. Das Spiel ist unheimlich atmosphärisch und bietet eine Schwierigkeit, dass ihr beide Brüder zeitgleich lenkt. Das bedeutet, spielt ihr mit dem Patch, spielt ihr den einen Bruder mit dem linken Stick und den anderen mit dem rechten Stick, was durchaus zu einigen Schwierigkeiten führen kann. Da das Spiel sehr atmosphärisch ist, werde ich das heutige Video nicht kommentieren und bin mal gespannt auf eure Reaktionen darauf. Das Spiel schneidet in jeglichen Tests überdurchschnittlich gut ab und deshalb ist das vielleicht einen Blick wert. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Musik 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 Wolehi, inna Albi, Nahi. Nahi! Nahi! Ta! Ata, Nahi! Ata! Ata, Nahi! 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 Hatta! Da! Ja! Hatta! Da! Ja! Hatta! Dua! Dua! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Na, na, mafie, isa da? Ia da? Na, mafie, padi na. Tabi, anna, bisajen, naji, mata, ha? Falila? Aha. Ia da? Was ist das? Halt, Halt, Halt! Geh! Hey, Noya! Hey, Noya! Hey, Noya! Hey, Noya! Hey! 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 Hey, Noya! 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 So, an dieser Stelle möchte ich mich eigentlich von euch verabschieden, da wir jetzt quasi einen neuen Bereich im Spiel betreten. Das waren also rund die ersten 15 Minuten aus dem Spiel. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr davon gehalten habt, ob euch ein Video, was unkommentiert ist, überhaupt auch nur ansatzweise interessiert und ob ihr der Meinung seid, ich sollte das mal weiterspielen. Ich empfinde das Spiel im ersten Moment als eine sehr atmosphärische und sehr tolle Abwechslung und mir persönlich würde so ein Spiel eigentlich Spaß machen, weil wir uns hier einfach mal so ein ganz klein bisschen abseits vom Gaming-Alltag, vom Shooter-Alltag oder was wir sonst so spielen, naja, ganz einfach absetzen und daher gibt es von mir für den Titel Brothers A Tale of Two Sons auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und haut rein! Amen!